Hallo, heute werden wir ein Experiment ausprobieren, das vom Science Festival inspiriert wurde. Für dieses Experiment braucht ihr einmal ein hohes Glas mit Wasser, dann eine Alufolie-Schüssel, eine leere Klopapierrolle und ein am besten gekochtes Ei. Wir fangen damit an, indem wir auf das Glas die Alufolie-Schüssel stellen. Man muss aufpassen, dass alles genau in der Mitte abgestimmt ist. Nun kommt darauf die Klopapierrolle und ganz zum Schluss das Ei. Nun werden wir ein bisschen mit der Schwerkraft herumexperimentieren. Das tun wir, indem wir die Alufolie-Schüssel und die Klopapierrolle zur Seite wegschubsen. Dies muss man mit viel Kraft machen, weil es sonst nicht funktioniert. Hier seht ihr nun, dass das Ei in dem Glas gelandet ist und nicht zur Seite weggeschubst wurde, wie hier die Alufolie- und die Klopapierrolle. Dies liegt daran, dass das Ei schwerer ist als die Klopapierrolle und die Alufolie-Schüssel. Das bedeutet, sie hat mehr Masse. Ich hoffe, das Experiment hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen!